Ja, guck mal. Ich mal mir mal die Konstellation auf, obwohl ich nicht glaube, dass uns das großartig weiterhilft. Also hier haben wir die Sonne, der Nupsi ist hier, der zweite Nupsi ist hier, der dritte Nupsi ist hier, der vierte Nupsi ist hier und der fünfte Nupsi ist hier. Ja, jetzt machen wir nochmal eine Beschriftung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Größenkonstellation passt hoch ungefähr. Hier ist er mühgrößer. So. Ja. So, wir das noch irgendwo brauchen werden. Wir haben jetzt auch eine Kombination gekriegt. Die könnte man ja gleich mal da ausprobieren. Das war eine 51413 oder so. 51413. 51413. Man muss hochbestätigen drücken. Da war es ja gut, dass ich mir das gleich auch mit Größenverhältnissen, kann ich das noch drehen irgendwie? Nee. Der kleinste war der hier, der war in der zweitgrößte war der, der war in der 3, der war in der 2, der war in der 4 und der war in der 5. Hallo? Ach nee, warte mal. Das ist die, die 3 war der kleinste, der zweitkleinste war drinnen. Ha. Wasserhorn. Eins, neißen Wasserhorn. Ah, Hochspannung. Äh. Oh. Öl. Ach du Scheiße. Ach warte mal, der war richtig. Jetzt muss man die richtige Kombination rausfinden. Sieben. Zwei. Sieben, zwei, drei. Eins. Ne. Sieben. Sieben, zwei, drei, vier. Eins. Eins. Fünf. Eins. Sieben. Zwei, drei, vier. Eins. Sechs. Eins. Sieben. Drei, drei, vier. Eins. Acht. Sechs. Mist. Dachte, ich trickste die gerade aus. Sieben. Drei, drei, vier. Eins. Acht. Fünf. Sechs. So, kann ich jetzt Fahrstuhl fahren, bitte? Ich will hier nur noch raus. Oh, da arbeitet was. So, rein theoretisch könnte ich ja jetzt zum Fahrstuhl zurück. Ja, ich bin so durch. Das glaubst du nicht. Mehr Schienenraum. Oh Gott, es geht noch tiefer runter. Ich will hier nicht mehr sein. Lüfter fehlt. Ich habe genau einen Lüfter hier. Wahrscheinlich muss ich das auch mal aufschrauben hier. Oh Gott, es geht noch mal aufschrauben hier. Oh Gott. 비 quit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eine Karte dieser Insel, ja, es ist langsam echt reich, langsam, das Spiel ist reich. Ähm, aha, aha, wir brauchen hier sechsstelligen Code. Da müsst ihr morgen dafür ordentlich feiern und das alles nachholen. Da müsst ihr morgen. Da müsst ihr morgen. Oh, was wird denn das jetzt schon wieder? Wir haben ein 4x4 Kästchen. Hier oben haben wir zwei Nupsis. Hier haben wir einen Nupsi. Wahrscheinlich nur in den Ecken. Aber ich tue mal sicherheitshalber alles. Oh ja, die Dinger. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hattest du doch teilweise Zahlen drauf. Wieder in die Richtige rein. Konntest du die nicht sogar umdrehen? Und auf beiden Seiten hattest du was anderes? Ich glaube, ne? Ich glaube, auf der einen Seite hattest du wie so eine Art Labyrinth, wo du das in die richtige Reihenfolge bringen musstest und auf der anderen Seite dann irgendwelche Zahlen oder so. Ja, man. So einfache Spielprinzipien und man hat uns damals ordentlich damit beschäftigt und Freude gemacht. Ich glaube, wenn dir heute so ein Ding jemanden in die Hand drücken würdest. So, wir haben jetzt hier erstmal die Kombination. Aber das bringt mich ja da nicht weiter. Ich möchte doch nur noch nach Hause. Was sagst du mir? Der Lüfter in der Nähe des... Ach so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, hier. Moment, das müssten wir dann ohne machen. Okay, okay, okay. Hier. Jetzt macht das Scheißding doch mal auf. Ey, warum macht denn der das jetzt nicht auf? Willst du es bitte jetzt öffnen? Hä? Ach so. Muss man ja auch erstmal drauf kommen. Lüfter arbeitet. Sehr schön. So, wir haben hier zwei, eins, hier hatten wir alle drei. Eins, zwei, drei und hier hatten wir die zwei unteren. Einkaufen abgehakt. Sehr schön. Oh, was ist das? Hier brauchen wir ja auch noch was. Äh. Ah, warte mal hier. Gib das doch mal her da hinten. Nö. Äh. Ach, kann ich mit der Rohrtank hier? Ah. Ähm. Aber welche Höhen sind die richtigen? Also, ich will sehen, sobald ich mit dem Spiel durch bin, ich habe mir nämlich gestern mal wieder ein bisschen was gegönnt. Streamer ärgern. Oh, oh, oh. Ah, das würde ich mir jetzt erstmal ganz genau überlegen. Ich bin schon so relativ durch. Also, hier brauchen wir noch was. Nee, weil ich habe auf Fanatical habe ich mir gestern den den Radsportmanager 2020 gegönnt. Den gibt es da übelst billig momentan. Also, so einiges habe ich mir da gegönnt. Ich habe für 18 Euro, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich da abgestoppt habe, Radsportmanager, Tour de France, noch einige andere Sachen mehr. Und ich glaube, ich würde dann noch ein bisschen Radsportmanager zocken wollen. Da habe ich mal wieder eine Karriere angefangen, aber diesmal diesmal als Deutscher, nicht, dass ich wieder als Jamaikaner und die besten Rennen gehen mir dann flöten. So, aber erst mal wollen wir hier weiterkommen. Wir haben hier eins krasse Tür verschlossen. Wir haben hier nichts mehr wirklich. Wir haben hier die Tür. Wir haben hier das Rätsel. Der Lüfter bließt das Papier mit Löchern. Es ist ein Papier mit Löchern. Hä? Was? Muss das hier rein? Hä? Was soll ich damit? Ja, nicht alles auf einmal wollen. Ich war gerade bei irgendeinem kleinen Pille-Palle deutschen Team, was mit Stahlbau irgendwas in Mannschaft genommen hat. also... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ähm... Ah, wir haben hier, 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 hier. Himmel, Berg, Weltraum, Meer. Eins ist Himmel. Ich werde mir mal die, die Platzierung oh, so ein bisschen bei WS. Das Spiel ist momentan ein bisschen frech. Zwei Weltraum ist da. Aber irgendwie wirklich eine Story hatten wir nicht, ne? Außer, dass hier irgendwelche komischen Experimente gemacht wurden und dass wir eben mal einen schwarzen Schatten gesehen haben, als wir auf dem Boot gepennt haben und eben mal, als wir durch die Lüftungsschächte gekrochen sind und dass hier irgendwie die ganzen Leute verschwunden sind und dass sie die irgendwie oder wollten sie die evakuieren und haben es nicht mehr geschafft oder irgendwie so. W- W-